Ich habe hier einen Lernkurs als gepackte ZIP-Datei heruntergeladen und möchte diese jetzt mal entpacken. Ich bestätige den Ordner, gehe auf extrahieren und jetzt erhalte ich hier eine Fehlermeldung. Interessant dabei ist die Fehlerbeschreibung, Fahrt zu lang. Wie Sie dieses Problem schnell lösen, erkläre ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Thomas Wagner von der Filmpraxis. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie Dateien von unserer Webseite herunterladen oder natürlich auch von jeder anderen Webseite, die Sie im Internet finden. Dazu eine kurze Erklärung. Ich habe hier zum Beispiel den neuen Lernkurs zu HitFilm Ignite heruntergeladen. Das geht bei uns über einen Sofort-Download. Danach liegt die ZIP-Datei in einem Ordner Ihrer Wahl oder eben auch im Download-Ordner. Ich habe jetzt hier auf meinem PC eine Struktur erzeugt, die mir eine gewisse Ordnung gibt. Sie sehen hier dieser PC, Filmpraxis, Lernkurse, FX-Home, das ist der Hersteller von HitFilm. Dann einen Unterordner mit HitFilm. Dort einen Unterordner Ignite-Effekte und letztendlich die Jahreszahl 2017. Das ist schon eine ganze Menge. Ich klicke mal rechts nebendran. Da bekommen Sie die klassische Struktur angezeigt. Hier liegt jetzt meine ZIP-Datei drin. Die hat ungefähr 1,3 GB, etwas weniger umgerechnet. Und wenn ich jetzt diese Datei entpacken möchte, dann kommt es eben zu dieser Fehlermeldung. Der Hintergrund ist, dass auch in Windows 10 bis jetzt nur Dateiennamen erlaubt sind, die inklusive des Pfades 255 Zeichen beinhalten dürfen. Und meine Ziffern- und Zahlenkombination scheint jetzt länger zu sein. Deshalb bekomme ich diese Fehlermeldung. Und dort liegt auch schon die Lösung begründet. Ich spreche das Ganze mal ab. Windows hat hier einen Ordner erzeugt. Ich kann hier mal reinklicken. Dann sehen Sie, dass es dort in dieser ZIP-Datei nochmal einen Unterordner gibt und verschiedene weitere Unterordner. Das heißt, dadurch entsteht hier die besondere Länge. Da das Extrahieren der ZIP-Datei abgebrochen worden ist, muss ich davon ausgehen, dass nicht alle Dateien auf meiner Computerfestplatte abgelegt worden sind. Ich lösche daher die Datei wieder, indem ich Entfernen drücke. Wie kann ich jetzt die Fehlermeldung umgehen? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel jetzt einfach einen anderen Ordner wählen. Gehe also zum Beispiel etwas höher in meiner Struktur. Dazu klicke ich einfach mit der linken Maustaste auf meine ZIP-Datei und ziehe diese mit gedrückter Maustaste zum Beispiel jetzt hier in den Ordner FX-Home. Jetzt liegt sie dort drin. Jetzt probiere ich das Ganze noch einmal. Und wie Sie sehen, ist genau das jetzt schon die Lösung gewesen. Der Dateipfad wurde dadurch kürzer und hat jetzt ausgereicht, um meine ganzen Dateien hier abzulegen. Eine andere Alternative kann natürlich sein, dass Sie den Dateinamen verändern. Dazu drücken Sie einfach die Taste F2. Jetzt kann ich zum Beispiel einfach LK eingeben für Lernkurs. Und jetzt habe ich auch die Länge etwas verkürzt. Und jetzt ist es durchaus möglich, dass meine Extragierung auch funktioniert, wenn ich in dem Ordner bin, den ich eigentlich dafür vorgesehen habe. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Tipp weitergeholfen hat. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie mir oder meinem Team. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.